Wie viel wisst ihr wirklich über Survival Training? Die Bullen, weg hier! Diego Montalban, Waffe runter! Ladies und Gentlemen, wir entschuldigen uns für die Verspätung. In Kürze beginnt das Boarding. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Einen schönen Abend noch. Gentlemen, bringen Sie diesen Abschaum hier raus. Herrscher. Wenn das die sozialen Medien erreicht, dann könnte das ein großes Problem für uns werden. Wir wurden vom Blitz getrafft. So bist du direkt in den Sturm geflogen. Der kam aus dem Nichts. Wir stürzen ab. Nein, wir sind in den Blitz geschaffen. Nein! Halt auf! Wir sind die einzigen Überlebenden aus dem Flugzeug. Sagt mir, wen ich hierfür verklagen kann! Ich hab Make-up in den Augen! Ist das Puerto Rico? Nein, Bro. Wir sind auf uns allein gestellt. Okay, also wie lautet der Plan? Wir werden überleben, okay? Wir könnten doch vielleicht ein Floß bauen, damit wir endlich hier abhauen können. Und du hast jetzt das Sagen hier? Hast du denn einen besseren Plan? Ich glaub, da draußen ist was. Ihr solltet rennen. Wer seid ihr und was habt ihr hier zu suchen? Wir wollten nach Puerto Rico, als wir abgestürzt sind. Die verdammten Dinger haben die Hälfte unserer Gruppe getötet. Nicht die Hälfte eurer Gruppe. Noch nicht. Wie viele von den Dingern gibt es hier? Es sind genug. Das Dreieck ist real. Hast du meine Erden getötet? Boote, die verschwinden. Schiffe und Flugzeuge. Sie erreichen das Bermuda-Dreieck und auf einmal sind sie weg. Rudeljäger wie Wölfe. Entweder töten wir sie alle oder wir sterben. Was haben wir denn da? Das Bermuda-Dreieck-Geräte.